Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Nachdem er mich beim Nashornjagen in Neuginea entdeckt hat, muss ich nun zurück zu meinem Arbeitsplatz. Herzlich Willkommen zum Surgeon Simulator, zu dem, was ich auch gelernt habe. Und ihr seid meine nächsten Patienten. Hallo? Ich kann nur die? Wo ist denn mein kleiner Finger? Ja? Wo ist der Daumen? Wo liegt mein kleiner Finger? Kann ich wirklich nur die? Achso, ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das griffelig! Telefon! Telefon! Ja, 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 ja! Hä? Hallo? Alter! Ich bin zu groß zum Packen! So! Man möge mich nicht stören! Hör auf zu wählen! Controls! Pff! Weg! Das ist eine komische Steuerung! Wupp! Okay! Was haben wir denn hier? Deep Dungeons of Doom! Komm mal her, Schatzi! So! Scheiße! Diskette! Was ist denn das hier für ein... Ah! Ja, ist gut! Wer hat das Ketten damals so kompliziert gemacht? Ich habe eine Diskette in der Hand! Oh, jetzt ist sie weg! Toll! Arbeit wartet, würde ich mal sagen! Option... Operationen natürlich! Ganz toll! Okay, was haben wir denn hier? Das da ist ganz, ganz wichtig! Und das da auch! Hart-Transplantation! Ah, ja! Okay! Incomplete! Das heißt, wir machen das jetzt mal! Wo kann man denn hier... Ja! Bob! Ah, Bob! Begin Operation! Ah! Oh Gott! Die Drogen! Bob! Es wird dir gut gehen! Leif Jung! Wer hat dir die Haue geschnitten? Okay, was haben wir denn hier? Erstmal, äh... Ich würde mal sagen, wir zischen uns erstmal eine! Äh! Aha! Orange Burst! Hier, wenn du was trinken willst! Bitteschön! So, was haben wir denn hier noch? Hier ist noch gleich seit ich mein Mittagessen drin oder so? Ja, ja! Ganz genau! Blutig und sahnig, wie immer! Hallo? Hallo? Oh! Üh! Ih! Ih! Ah! 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 Dieses Tuch ist besessen! Jetzt geht's! Joa, wer hat denn den Schnitt so klein gemacht? Da kommen wir ja gar nicht dran an die Scheiße! Einfach mal reinstechen und gucken, ob er noch lebt! Ah! Okay! Günther! Du bist als nächstes! Was? Du willst nicht? Aber ich muss dir doch noch deinen Blinddarm entfernen! Du hast keinen mehr? Was? Du hast den gerade selbst rausge... Ey! Ich hab doch noch nicht mehr angefangen! Wey! Drogen! Ach du Scheiße! Oh! 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 Oh, mir ist schlecht! Oh! 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 Bohrmaschine! Oh! Mit Bohrmaschinen kenn ich mich aus! Damit hab ich mich schon mal geschnitten! Geschnitten? Ja, ich schaffe es, mich mit einer Bohrmaschine zu schneiden. Oh, fuck. Was sind das denn für Knochen? Knochen, die Blut verlieren? Ach, das Ding ist scheiße. Der Teufel. So, was haben wir denn hier? Das sieht doch schon ein bisschen nach mehr, nach Knochen aus. Ach du Scheiße. Wer gibt mir eigentlich solche Spielzeuge in die Hand? Ach du Scheiße. Weg, weg damit. Oh, fuck. So, weg mit dem Schnodder. So pusse ich mir morgens immer die Zähne. Sieht genauso aus. Scotty, mehr Energie. Einfach nur rühren. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, sehr gut. Weiter geht's. Weg mit der Schrotze hier. Weg, 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 weg. Von der Blutspritzer. Okay, so, durch da. Weg, 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 weg. Schröder, 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 Schröder. Okay. Hier. Ein Chronometer in deinen Körper. Das klingt doch irgendwie wie beim Zahnarzt ein bisschen. Äh, 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 nja, nja. Raus mit der Rotze. Jetzt müssen wir erstmal den ganzen Scheiß hier rausholen. Das nehmen wir den, oh. Äh, nimm die Spritzer. Scheiße. Warum hilft das nicht? Oh. Wer hat das Telefon wieder auf meinen Schreibtisch gestellt? Weg, 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 weg. Ich bin in Ruhe. Äh, was ist denn jetzt schon wieder? Geht doch hier mal raus. Was ist das denn? Aha. Sind das etwa die Kondome, die ich bestellt hab? Ähm. Wow. Your vote counts. Is Trump a gold-hearted hero or a stone-hearted villain? Pick the organ and cast your vote. Hallo. Na, Trump. Alles in Ordnung. Womit kann man den umbringen? Äh, was haben wir denn alles hier? Oh, ein Laser. Alter. Ninja-Stern. Meine Damen und Herren, ich präsentiere die Wahrheit, dass es in Wirklichkeit unechte Haare sind. Da. Bitteschön. Das würde niemals ein richtiges Stück Haar schaffen. Oh mein Gott. Bring ihn einfach um. Meine Fresse. Ha. Donalds surgery has been totally balzed up. Okay, nachdem wir eindeutig die Welt erfolgreich gerettet haben, indem wir Trump umgebracht haben, können wir jetzt zu etwas anderem wechseln. Und zwar gucken wir mal, das hier ist besondere Sachen. Das haben wir noch alles gar nicht feigeschaltet. Wir müssen unbedingt das Herz immer noch transplantatieren. Das heißt Drogen. Er hat Transplant. So, erstmal weg mit dem Siff hier. Dem braucht ja keiner. Wer deckt denn sowas zu? So, muss man es mal ordentlich versuchen. Ich überlege gerade. Womit könnte man denn da gut durchheizen? So, ganz vorsichtig. So, und jetzt gut auf dem Handgelenk. Sag mal, ist der irgendwie aus Titanen gemacht? Okay. Bing, bing, bing. Ah, legt mich doch. Die Steuerung ist aber auch ein Hohn. Alter, da kommt man ja... Scheiß Ding. Versuchen wir es doch mal damit. Rütsche, 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 rütsche. Meine Fresse, was ist denn... Das klingt wie Metall auf Metall, Alter. Nein, 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 nein. Übrigens, Freiwillige können sich bereits gerne für die nächste Operation von mir melden. Die Nummer ist 5, 5, 5, 5, 5, Nase. Hol mal den Scheiß hier mal raus, würde ich sagen. So, Raucher, Lunge, raus. Äh, ja, ii. Ach, der Anker klebt noch. Okay, und weg damit, nach hinten. So, und raus. Ach, macht doch keiner. Bäh, weg mit dem Scheiß. Okay. Hey, was haben wir denn hier? Eine der Nieren, oder was ist das? Let me have a look. Ähm. Sieht aus wie eine Schnecke. Bäh. Okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie was Scharfes. Warte, ich muss mal hier gerade... ...ein bisschen was aufräumen, du Kacktricks. So. That just pinged off. Okay, wir brauchen irgendwas richtig Scharfes. Das heißt, wir nehmen mal das. 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 Ah ja, ich drück den falschen Knopf deswegen. Hä? Nein. Äh. Äh. Wo ist eigentlich meine rechte Hand? Ach ja, die ist am Bierglas. So, jetzt heißt es sehr vorsichtig schneiden. Das war gut. Muss man da noch mehr schneiden? Ich glaube schon, oder? Schnick, 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 schnick. Ich weiß es gar nicht. Ich lege es erstmal wieder hier hin. Ach, jetzt dreht sich die scheiß Bohrmaschine da hinten ohne Ende. So, runter, runter, runter. Greifen. Raus. Äh. 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 Ah, Gott. Dammit. Abgerutscht. Nochmal. Festhalten. Und. Äh. Nein. Äh. Immer noch nicht. Und nochmal. Festhalten. Nein. Ah, Gott. Dammit. So. Daumen dazwischen. So ein bisschen. So. Und. Ah. Ah. Es wird sich einfach nicht festhalten lassen. Okay, wir brauchen nochmal ein Messer. Piep. Warum will der Kackmann da nicht raus. Alter. Äh. Ich hab doch die Hand richtig angewinkelt. Ich rutsch da immer ab, Alter. Mann. Oh Gott. Hau nicht zu fest auf deine Tastatur. Das hat dir schon mal eine zerstört. Aha. Da fällt der leere Luftballon doch. Hast du nichts gegessen vorher? Pop. Ne. Sag mal. Dieses Kack. Magen. Geschwür. Äh. Wer braucht den schon im Magen? Es dringend aus der Packung. Dringend aus der Packung in den Darm. Okay. So. Jetzt das Ding hier noch raus. Die alte Tröte hier. Das Kondom. Okay. Und jetzt müssen wir Herz schneiden. Hahaha. Hier. Nehmen wir nochmal den. Das ist das professionelle. Herzschneidemesser. Ich gehe davon aus. Keiner weiß es so genau. So. Ist die Tatsache aus? Ich glaube, ich hab's abgeschaltet. Ich glaube, wir müssen nochmal spritzen. Wow. Ich glaube, ich hab nicht selber gespritzt. Scheiße. Pieps. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Zeit. Uh. So. Da ist die Säge. Oh Mann. Alter. Oh. Oh oh. Die blaue Spritze ist kurz davor runterzufallen. Pieks mich. Okay. Ich hab's hier auf jeden Fall. Runter. Und jetzt. Pieksen. Pieks mich doch. Ach. Du Kacksau. Komm. Irgendwie in den kleinen Finger oder so. Pieks mich. Oh. Meine Fresse. Okay. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall das Herz. Ja. Die alte Schrambeule raus. Wir brauchen ein neues. Äh. Ich hätte hier dieses im Angebot. Jetzt für nur 9,99. Auf schwarzmarkto.de. Schwarzmarkto.de. Jeeha. Das Online-Portal zum Verkaufen von menschlichen Organen. Droopies TV Gaming ist nicht verantwortlich für jeglichen entstandenen Schaden durch dieses Online-Portal. So ungefähr da. Weeeey. Surgery complete. Looks fine to me. I'm sure he'll live. Ja. Britinia888. Wir probieren das nochmal. Und. Und. Ah. So, jetzt sind die raus. Tschick. Und da dreht die sich wieder. Da. Jetzt aber. Meine Fresse. Hat ja lange genug gedauert. Weg damit. Ha. Ha. Hallo. Oh. Ups. Das ist noch DOS. Wie geil. Ah. Okay. Da steht, wie man das machen soll. Klugscheißer. Okay. Das schaffe ich jetzt aber auch noch. Deep Dungeons of Doom. Warte. Gut. Sie ist weg. Oh. VHS. Äh. Nein. Nein. Oh. Fuck. Ah. Nein. Team Fortress 2. Could be interesting. Ah. Oh. Britta. Stauze. Was ist das denn? Kidney Transplant. Beginn Operation. Gucken wir doch mal. Weg mit dem Rotz hier. Ach ja. Da ist der Darm. Gucken wir doch mal hier rein in die Suppe und gucken was passiert. So. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Hauptsache jetzt schneidet. Komm nachher in den Recyclingmüll. Gut. Das scheint jetzt mal noch keine Fortschritte zu bringen. Gut. Das heißt, wir müssen da erstmal durch. Okay. Stop. Hammer Time. So. Warte. Krank. 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 Alter. Man kriegt da gar nichts da raus. Der Hammer ist. Scheiße. Krabsch. Sehr gut. Das ist doch unser vertrautes Tool des Vertrauens. Weg. 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 Sehr gut. Weg mit dem Schrunz. Das muss alles raus. Heute ist Sommerschlussverkauf. Heute ist mit Sommernacht bei Ikea. Da gibt es menschliche Organe mit Blut. Fuck. Oh. Weg. Weg. Reda ist wieder am Zug. So. Links. Rechts. Links. Rechts. Oben. Unten. Tricks. Das Ding muss doch hier irgendwie raus. Ach. Ja. Ach. Da ist die Nacktschnecke doch. So. Das sieht gut aus. Ja. Ja. Haha. Hammer so doch. Guck mal hier. Bitteschön. Ist gut für die Haut. Äh. Alter. Die ist da gerade einfach mal drunter gerutscht. So. Dann brauchen wir hier noch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Skapel. Ist gut. Jetzt müssen wir hier umschneiden. Schniep, 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 schniep. Schniep. Pieks. Pieks. Ich sag der Pieks. Okay. Ich kriege irgendwie den Magen hier nicht raus. Das heißt, wir müssen hier nochmal. Vielleicht damit? Ich muss da auf jeden Fall irgendwo runterschneiden. Nein. Nicht das Notizbuch. Oh, es ist locker Oh Ich glaube, es ist zu locker Surgery failed Nächster Jetzt wissen wir ja, wie es geht Weg So Ich überlege gerade Wie machen wir es am elegantesten Moment Nein Nein Okay, wir müssen uns irgendwas Neues suchen Skalpel Schnibel, 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 schnibel Wie gesagt, OP-Pätze sind noch frei Ja, das habe ich nämlich jetzt da Wenn ich jetzt so mache, kann ich hier fast ganz runterschneiden Jetzt mal mal reingehe So Ja, direkt damit Warum fange ich so an zu sprechen wie Der Gottschalk bei Verstehen Sie Spaß? Noch meine ich gar nicht bei Wetten, dass Die Sendung klingen alle so gleich Ja Ja Top Die Wette gilt Ah Mann Warum Dieser Scheiß Warum lässt er sich hier nicht locker schneiden? Was haben wir denn hier? Nein Nein, das habt ihr nicht wirklich hier Nein Jetzt gib es mir doch Hallo On Äh Warum ist der aus? Ach, die Scheiß Q-Tips Ah, leckt mich doch alle am Arsch hier Weg, 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 weg Hallo Weg von den Scheiß Q-Tips Äh, weg von dem Scheiß Emergency Stop Das braucht doch keiner Jetzt kriege ich die Kiste nicht mehr an, oder was? Hihi Okay So, ganz filigran Machen wir ihm gerade ein T-T Oh, Alter Haha Okay So, weg mit der Rotsee Okay, vielleicht kriegen wir damit ja sogar das Ding hier durchgesägt Ach du Scheiße Äh Aus Aus Stopp Oh Ach du Kacke Äh Oh Äh Äh Die Steuerung Ja, ja, ja Oh fuck Nein, das war es mit der Brille Wuschel drinnen rum Mach alles kaputt Ah Es war ein Unfall Es tut mir leid Tschüss Deine letzten Worte Busch Oh Hier, du kannst meine Uhr haben Gerne Ich glaube, er wollte sie nicht Gut, dass wir ein ganzes Krankenhaus voller potenzieller Kunden haben Wuschel drinnen rum Mach an die Kiste Hahaha Brutzel, 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 Brutzel Aus. Warum steht immer ein Glas im Weg? Jetzt ja, gib ihm doch das Zeug in die Wänen. Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Hallo? Hallo? Oh Mann, ey. Will da einfach nicht aufhören zu bluten, die Sau. I, 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 I. Immer noch nicht. Okay. Mir fällt gerade auf, hier kann ich ja gar keine guten Werbungswitze bringen. Ha. Schwarz mag du die E. Yeeha. Ja, ja. Oh, ich hatte die doch. Alter. Nimm hier einfach irgendwie den Darm raus. So. Ganz ehrlich. Was ist das denn für ein Scheiß? So. Warum? So. Fick. Dricks. Drick. Kack. Geh weg. So. Warum? Was muss ich hier drinne schneiden? Daten. Da ist eine Stelle. Da. Ne? Die so ein bisschen andersfarbig ist. Und. Warum kann man eigentlich das Radio nicht zerstören? Ich weiß es nicht. Es wäre so cool, wenn die Feuer fangen würden. Oh, fuck. Aus, 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 aus. Oh. Okay. Wer hat das Glas wieder in den Weg gestellt? Günther. Hör auf zu bluten, du Sau. Alter, der verreckt mich schon wieder nur am Blut hier. Komm, hier. Nimm. Nur mal mit dem kleinen Finger jetzt mal rein. So. Nee. Ja. Das funktioniert jetzt nicht wirklich, oder? Nee. Ich glaube es ja nicht. Ich sollte einen Nobelpreis in Medizin bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, wo man noch schneiden soll. Deswegen, ich bin gerade ein bisschen was ratlos. Es ist etwas locker gegangen. Gib mir die Spritze. Schneeellll. Ich weiß aber jetzt nicht, wo ich reingepiekst, äh, wo ich reingeschnitten hab, dass es funktioniert hat. Weg, weg. Hör auf. Alter, hör doch auf zu bluten. Welches Kack-Lokalradio spielt immer die gleiche Musik? Musik. Besser. Okay. So, das hätten wir weg. Ich glaube, jetzt müssen wir einmal, das ist glaube ich Dan Bull, äh, er macht keine Musik. So. Okay, jetzt der Magen weg. Schnipp. Komm schon. Yes. Okay. Ja, weg mit dem Ranz. Weg. Weg. Okay, da sind die Nieren und die Wirbelsäule. Ih. Ja, die ist weg. Ich habe keine Ahnung, ob das ab ist, aber ich glaube schon. Die erste raus. Wir müssen uns ein bisschen was beeilen. Die Zeit läuft nämlich gerade echt knapp. Das ist mir gar nicht aufgefallen zwischendurch. Go, 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 go. Ah, ich habe wieder den falschen Knopf. So. Nein. Ja, 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 ja. Und weg damit. Yes. Nur 9,99. Jetzt bei Obi. Gott, damit. Körper zum selber bauen. Jetzt bei Ikea. Bitte funktionieren. Yes. Oh. Wuhu. Meine Fasse. Ho, ho. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde nun als erster Mensch dieser Welt eine Hirntransplantation machen. Und jetzt. Wow. Oh, scheiße. Die Steuerung ist invertiert. Oh, fuck. Äh. Mhm. So, dann nehmen wir nochmal natürlich hier unsere professionellen Geräte. Unseren Tomahawk. Und ich würde sagen, auf der Höhe ungefähr, wie immer beim Melonen-Cutten, ein bisschen tiefer. So. Drei, zwei, eins. Perfekt. Oh. Ach so. Tomahawk gegen Gehirn ist nicht so geil. Schade. Ach, du Scheiße. Warum? Warum ist denn sein Kopf jetzt locker? Ich kann dir helfen zu vergessen. Oh, oh. So. Weg mit dem Schranz. Wow. Wow, 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 wow. Haha. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Ich tschuldige mich bei allen, die in den nächsten paar Tagen eine Operation haben. Es sieht ungefähr genauso aus, nur dass er es nicht mitbekommt Viel Spaß Ritze, 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 Ritze Aber dieses Mal bitte ohne, dass die Kopfhalterung kaputt geht Da habe ich jetzt nicht nochmal Lust drauf Das war nicht lustig Einmal durch den Verständnistrakt, bei Bayern ist es ja eh egal Oh, oh Oder bei Trump Ins Auge Funktionier Sehr gut Das Gehirn muss ja jetzt hier irgendwie mal Oh, Alter, Alter Alter, oh, ist mir gerade schlecht geworden What the fuck Komm, fall ab Fall ab, du Sau Ich glaube, ich halte das Messer scheiße So, ja, ein anderes Nein, greif es doch Möglichst weit hinten, bitte Ich bin schon wieder auf den falschen Finger gerutscht Alter, greif es doch Sag mal, wo muss man das eigentlich schneiden? Warum hängt das hier auch so scheiße rum? Oh, 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 sehr gut Weg, 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 weg Oh Okay Läuft Okay So, was haben wir denn jetzt? Eine Augentransplantation Okay Da ist das Spiel gecrashed Ich glaube, sie wussten, was auf sie zukommt Es gibt keine Maus Wow Moment Moment Ich probiere mich gerade durch Ah Okay, das sieht schon mal gut aus Haben wir irgendwie Informationen oder so? Wow, 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 wow Was war ich falsch? Oh mein...